Ich sag dir jetzt schon, wenn das nicht mindestens eine Million Views kriegt, dann kacke ich dir das ganze Bett zu. Von oben bis unten, das verspreche ich dir. In dem Sinne, go. So, gucken wir uns doch mal den Quatsch hier an. Wie funktioniert das nochmal? Ich weiß wie das geht, einfach bewegen. Ja, dieser Idiot hat auch nix Passwort gesichert. Oh mein Gott, wie das aussieht hier, voll die Sauerei. So, dann wollen wir uns das mal angucken. Ja, diese Hinterhintergründe wieder. So, die Meris. Videos. Oh Mann, Auswahlvideo. Da gibst du den Leuten mal ein Auswahlvideo und die denken, sie müssen entscheiden. Klick doch einfach auf die Links. So, PPAP. Oh Gott, das kann man sich ja nicht mehr anhören. Oh, 100.000 Views. Das sind nicht eine Millionen Views. Aha, aha. Da würde ich sagen, ist eine Bestrafung fällig. Ach, guck ihn dir an, Semmel. Wie schön und ruhig und chloroformisiert er da liegt. Der wacht so schnell nicht auf. Los, sammel alle Meerschweinchen zusammen. Alle, die du finden kannst. So, Leute. Ihr kennt eure Aufgabe. Bestrafung 1.0 ist im vollen Gange. Ich hoffe, ihr habt alle ganz, ganz viel gegessen heute. So, mein Freundchen. Jetzt kriegst du das, was du verdient hast. Was zum Teufel. Was? Ah, komm schon. Eww, das ist ja eklig. Ach, was ne Scheiße. Und jetzt liked das Video und verbreitet es unter allen Leuten, die ihr kennt. Auf das sie wissen, dass man Meerschweinchen nicht ans Knie pissen sollte. Ja, bis dann. Ja, bis dann.